hallo 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 zu einem neuen autofritz video da habe ich ein bisschen mörrische laune weil ich wieder etwas aus meinem lustigen ordner habe aus meiner schulzeit das abc der schule aber bevor ich loslege nicht vergessen diesen kanal abonnieren kommentar hinterlassen die glocke einschalten damit nichts mehr verpasst und zuhören schule das abc der schule arbeit schrägen der schüler blödsinn hat jeder von uns im kopf ddr übrigens mc chaos zustand vor während und nach kontroller arbeiten dummheit ewiger zustand der 8b meine ehemalige klasse einfälle waren oft geistlos f ferien ein von uns gewünschter dauerzustand gehirn besitzt keiner von uns hoffnung haben wir vor jeder arbeit interesse mangel des attribut von schülern j jubel wenn es ausfall gibt ist ja immer vorhanden kram befindet sich in unseren schultaschen lust beim unterricht fehlt sie müdigkeit wer kennt sie nicht ein nachbar retter in letzter not opfergabe beiträge und soli spenden p plagerei zehnjährige unterricht q quatsch lehrer vorträge romane hausaufgaben einträge von lehrern also muss man wissen über blödsinn gemacht hat ob man was gefehlt hat hat man damals ins hausaufgabenheft lange texte geschrieben die dann die älterung unterschreiben mussten als die älterung zu gesicht bekommen haben ok er hat es schrott beliebtes belästigungsmittel von lehrern t trottel ist jeder von uns unfug haben wir immer auf lager v verpflichtung fremdwort b wissen werden wir nie und nimmer besitzen xy unbekannt z zensuren bis zum jüngsten tag betrogen ja ich weiß gar nicht mehr es war vielleicht etwas jugendweihe oder tanzstunden abschluss bei wofür man das geschrieben hat ich weiß es nicht mehr ist schon lange lange her aber wie gesagt war meinem lustigen ordner ist für schüler vielleicht ganz interessant und wollte ich euch nicht vorenthalten also das war's für dieses video bis zum nächsten video euer auto fritz ciao ciao auste e well